Ich schwöre, anstatt dass sie immer sagen, ja, läuft nicht, nein, die mussten so, ja, man kann ja das Licht schnell an und ausschalten. Spürt ihr den Spaß? Oh, und wir müssen bei Mund und Lippen unter Wiss machen. Einfach diese Corona-Gegner, diese Impfgegner sind wir einfach. Ja. Keine Hobbys, 2.9, das ist wie die Video-Scary-Smod, Alter, das ist ein Roleplayer per Mann. Nein. Über Einladung. Oh, angeholt 200 Dollar, alles da, fick dich ins Knie. Ich glaube, ich habe noch keine Fähigkeit eingesetzt, deswegen. Ja, ich habe noch gar keine Dead-Eye-Fähigkeit ausgerüstet. Wild Pussy hat dir eine private Nachricht geschickt. Wargaming One, become the best DJ-5 with Shock. Hä, die hast du auch gekriegt, oder? Also ich such dich noch mal. deutschland beidrehen die ging es geil halt die fresse ich habe auf gesundheit das geht ganz einfach so corona ist wie grippe keiner regt sich über grippe auf felix so der standard satz bist du das ich habe dich umgeschobst bei fliegen ich wollte ihn ganz normal einfach fesseln messeln so ganz auf entspannt und dann tötet er mich einfach was soll das kopf geld 5 cent aber er tötet mich für 5 cent da kannst du fast eine dose von kaufen vielleicht hast du das gesehen ich finde die so geil wir brauchen diese grippe nicht korona gab es vorher schon ja ich kann keine zwei sekunden googeln ganz ruhig auch während du reitest muss ja auch die ganze zeit auf die scheiß backe schlagen damit er nicht dich ermordet hat mich getötet meine pferd simulation regt sich auf ich muss denn ich muss denn gegen kurve neu stehe wie bleibt man stehen mit pferden wie bleibt man stehen gegen kurve 19 fährten stehen ich weiß nicht wie man stehen bleibt das ist nicht wichtig hier kurve 19 impfstoff hier verabreicht mache ich mit leertaste handbremse hallo bleibt stehen kack fährt was bist du das reit war gucken wir uns ein fährt an besuche jedes herr ist ja egal guck dir seine augen an alter der ist richtig das ist schon auf geputzt das ist die das ist die injektion hat sich das noch mal schnell gegen krono ich glaube dem geht es nicht so gut ich glaube ich habe ich glaube ich habe ich ein büttel da und wir nehmen die vier die büttel ich schwester einfach getappt nein nein das auto sich immer und ich habe das auto ich habe das auto warte ich muss erst mal muss erst mal genau muss ich muss erst mal wie man davon da vorne da achte und ich glaube der hat hilfe gebraucht das balles langsames stück davon ist 23 muss ich will die visiere zieler das sind sind doch antilopen oder so was warte ja es sind antilopen es ist nicht wichtig was es ist oder vor uns direkt vor uns war ein aase glaube ich ja egal wir drehen mal auf lieber das ist kein land rover glaube ich ja die hälfte unserer force power gerade verleumt hier ja die kiste hat zwei ps schneller pfiffi ich habe den gewohnt hat alles ist tot ja ich habe ja auch ein stehen stehen du wichser das fährt heute nicht gerade one shotten und killen hat es aber nicht geschafft hat die falsche richtung es hat kein aim es hat keine explose sniper ja ruhig 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 wir haben gesagt ruhig das hast du gemacht das hat bleibt nicht stehen das hat bleibt nicht stehen warte 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 jetzt ganz vorsichtig annähern und dann einfach ganz vorsichtig und ruhig perfekt den nehme ich mit das ist jetzt mein souvenir ok wenn wir sein besitzer benutzen dann bleibt es schon stehen ich junge dann besitzer ist genau hier ich glaube seine beängstigten schrei verwirren ist aufzuschreien es wird irgendwie immer noch weg aber warte ich bin lockst du dir irgendwie oh gott jetzt die klippe runter nein junge beruhigt er sich mal ja 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 was zum weg läuft davon davon sind wilde pferde so und dann steige ich mal auf das ist mir egal was du sagst du bist in seiner augen der klassiker er hat richtig bock auf mich merkst du schon wie der will mit dir ein abenteuer beginnen kann mich kaum tragen jetzt halt deine fresse pferd sei froh dass du nicht tot bist du lebst allein durch meinen gnaden ok mit deinem gottes gottes oh mein gott alter jetzt jetzt mir reicht's hol mich ab mein pferd ist kaputt die brocken der pierce farb die jungen des morgens hier getötet was ist passiert felix versuch mal zu schließen ich kann mit lehrtas auf jeden fall ich bin auf dem zug kannst einfach seitlich auf dem zug springen und man kann aus einem pferd und man kann aus einem pferd noch ein paar gute nacht küsse gehen ich sehe das ist einfach nur so totes pferd vom hikikola ich esse kekse ich esse kekse von meinem pferd weil es hunger hat oh du fette sau jungen boah du hast es genau fick dich was soll ich jetzt machen sorry sorry warte du kannst du mir fasttraining glaube ich nein weil jetzt hinlaufen weil du mein pferd eingeschläfert hast es musste sein teos tut mir leid das war gotts plan gotts plan Allah hat angerufen Allah hat angerufen Allah hat angerufen und er will seine 2.50 zurück ah ah Sandra i want you to move to colorado with me und sobald in andas fängt an dich zu verfrügeln go to warfart mein namen mein namen ist george ich bin in der iraq stationiert ich kämpfe seit 20 jahre eine sinnlose kreak wo nur menschen sterben der nix bringt ich kompadiere friedliche leute ich kompadiere meine terroristen ah wichser oh die schießen alle auf dich ja egal ich bin die fette korena ich halte es aus los oh ich freue mich man kann auch dual weirden ne oh cool guck mal Theo der hat das überlebt oder? der hat das überlebt ja ich bin immer zu ihm runter du bist das ich bin immer nicht oh komm die leute die leute folgen hier wenn ich jetzt schnell weiter die legen hand an frauen an Felix du kannst das glauben nein sie wollen mit dir nach border colorado nach meine us service wenn es vorbei ist und die genug iraqa mit dronen getertet haben oh ich bin low hand weil ich keine hand habe Felix verstehst du den? ja gut sehr gut wäre schlimm wenn du meine lustigen Witze nicht verstehst weil ich dachte du hast nicht gelacht da dachte ich erst so du hast ja nicht gelacht oh mein gott die jagen jetzt ah das ist eigentlich so eine richtig krasse Reizsequenz wir laufen einfach hier durch take it slow take it easy hey hey bist du Rest der Bande? ich muss dich erreden man kann dich nicht skippen ist das Maika? das ist Hartz 4 Maika 70 oh hier sind Spieler Felix es sind Spieler da siehst du das hier so ein blauer Punkt Covid 19 Covid 19 ja hast du den gesehen? lass den umschubsen und töten gefesselt und geimpft warte gefesselt und geimpft hier einmal gefesselt mit F mit F hier hol dein Messer hol dein Messer wir müssen ihn impfen 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 wir beschneiden ihn halal 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 Junge halal impfen oh hier siehst du hier ist der freunde der freunde Felix hinter dir der schießt mit dem Bogen die schießt mit dem Bogen pass auf hat er dich weil Kämpfe machen im Spiel mehr Spaß also so geht ja auf jeden Fall da kommen die nicht mit Jets oder so einfach nur so du weißt einfach mit was sie kommen aber ich glaub ich glaub 2013 hat die auch viel Spaß gemacht joh 2013 aber jetzt halt nicht mehr jetzt kommt die als du schießt die zweimal tot und dann rufen die irgendwie Megajet 5000 und dann kannst du entweder auch dein Megajet 5000 rufen oder was besseres oder du bist am Arsch Dutch Vandalin Mango Mango My Mango 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 Der will Schläge hier Hast du Covid-19 du scheiß Wichser oder was? Lass ihn aufstehen Lass ihn aufstehen der muss sich prügeln mit uns er hat eine Knarre der wird zu einfach geschubst Alter Damn Punk Boah Boah Die Combo Ist der tot? Ja der ist tot Ja ja Du bist dein Pferd Dein Pferd ist da vorne wir können weiter machen Wir sind die Guck mal Guck mal Jaa boy Boah Oh ich bin down ich bin down rest mich Klatsch zweimal Danke Klatsching on Warzone Du Huchenson Was hast du meiner Schwester angetan Du Klar schlager Ich kann dir halt echt schlagen Was willst du Dich Wenn du ein Pferd verbrügeln willst ist es am besten wenn du dich dahinter stellst Ja Hier ist was besser raus Ey was will der denn Alter Hast du gesehen wie der Auge gemacht hat? Warte ich schläfe hinein Alles ist gut Kann das Pferd nicht schlagen Boah alter Ich dachte du bist so ein fetter Hintler Welter Hä was will der denn? Ah Boah er hat den Tornado Kick gegeben Tornado Kick Besser hier Ein zweimal klatschen Bei deiner Leiche Was What's up? Ne der ist schwarz wenn du ihn schlägst bist du instant game over Ich hab den richtig fetten Wummer gegeben Hast du das gesehen? Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin